Hier ist das glaube ich, hier sind die Wendern. Ist das die letzte Notiz, die wir gefunden haben? Ach du Scheiße, jetzt finden wir die letzte Notiz, die wir gefunden haben. Na toll. Unverschickter Brief, unverschickter Brief. Notiz eines Spions. Lose Papiere. Toll. Es muss irgendwo eine sein, die wir schon gelesen haben. Wo ist denn mit dem Antosch jetzt hier? Ne. Hier kann ich auch durchsplettern, warte mal. Auftrag Monster. Antosch, wo bist du? Ey, guck mal, Mikkel wird vermisst. Mikkel, wo bist du? Hä, wo ist denn jetzt die Scheißnotiz, die wir gerade gefunden haben? Da kann ja wohl nicht wahr sein. Guck mal bei den Quests. Ach, okay. Loll. Finde alle Schemas für die Ausrüstung der Elemente der Katzenschule. Okay. Aber da war doch noch irgendwas mit einem, mit einem Heuballen. Wo ist denn hier ein Feld? Ich find hier keine Felder. Oh, Barriere. Vorsicht, 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 Vorsicht. Wir sollten uns nicht provozieren lassen. Wo sind denn hier die Felder? Hier sind keine Felder. Asami Ryu, Leibe an dich, Tobi. Danek für alles. Das werd ich auch nicht mehr los, oder? Ja, Asami, vielen, vielen Dank für deine 5 Euro. Und Buddy Joe, danke für deinen 20er. Der Buddy Joe, Alter. Der ist auch immer direkt am eskalieren. Immer komplett, immer komplett direkt dabei. Vielen, vielen Dank. Danke für den Support, Freunde. Vielen, vielen Dank. Das Nagel 90 ordentlich an Dankeschön und herzlich willkommen. Äh, wo reiten wir denn als nächstes hin? Guck mal, hier Ort der Macht. Das sieht so aus, als wären wir hier schon... Ach, wir waren da sogar schon, oder? Ich glaub, wir waren da sogar schon. Krasse Scheiß. Pferd, komm ran. Alter Ackergaul. Toll. Bestes Pferd ever. So. Ich verbinde doch immer an Habibi und Kuss auf die Eiche mit dir. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich weiß es nicht. Ich würde das jetzt eher bedenklich nennen. Aber, naja. Wer bin ich schon? Oh, jetzt ist wieder Wölfer. Ich lass die mal links liegen. Also rechts in dem Fall. Ich lass die rechts liegen. Juuu. Guten Tag. Oh, krass. Kann ich noch mal... Ich kann noch was speichern, sehr gut. Hallo Freunde. Nein Ich habe mich gerade getroffen Nein Nein Egal Die sind aber ganz schön uncool Ja klar, du kommst da raus, du kannst mich hier direkt angreifen oder was? Ist das dein Ernst? Unglaublich Was die sich hier einfach rausnehmen, hä? Was die sich hier einfach rausnehmen Was die sich hier einfach rausnehmen Die denken auch, die sind cool, weißt du So, mach mal zu an den Schinken Ich muss weg Ach toll So Okay Haben wir dann auch, wieso das lässt noch lehrräumiert Zack, 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 sehr gut Auch das hätten wir Hesslone Ja, aber echt Richtige Hesslone So, hier gehts gleich weiter Wir arbeiten ein Fragezeichen nochmal in der Map Ich würde mal sagen, wir machen jetzt noch die Fragezeichen, wo wir gerade sind Und Wer bist du jetzt? Keine Ahnung Weiß doch selber nicht Nein 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 Das ist das Ich kann das auch Ich kann rumdampen Ich bin cool Feuer Bam In der Luft, Junge Mach doch mal Feuer jetzt Na also Sehr gut Sehr gut, sehr gut, sehr gut Snuggle 90 Du bist Was? Du bist super, du bist Für ein paar Lays Snuggle, vielen, vielen Dank Oh, guck mal, noch ein Nest Was? I'm coming from behind you Incoming Yes Sauber Ah, scheiße, unser Schwert ist kaputt Oder zumindest ist es gerade im Begriff kaputt zu gehen Was ich jetzt nicht so geil finde, ehrlich gesagt Ich könnte mir andere Dinge vorstellen, die ich jetzt lieber fände Äh, lieber hätte Also lieber, was ich schöner fände, tun Wenn ihr wisst, was ich meine So, warte mal, wo müssen wir denn Oh, in die Richtung Kenny aus South Park, vielen, vielen Dank Schon wieder ein Monsternest Komm schon Komm her Nicht gut Au Arschloch Nein Nein Hamlet Jungs, seid ihr bescheuert Das könnte kritisch werden Wann ich aufpassen? Nein 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 Hi, Freunde Haha, Feuer! Nein Ah, fuck Ich wollte wegrennen, das war dumm Ja, die sind halt richtig lästig, die Viecher, ne? Richtig, richtig Kackarschviecher Ich glaube, zwischengespeichert habe ich nicht Aber ich glaube, eigentlich müssten die Die Moin Okay, wir haben nicht zwischengespeichert Oder? Nein Ah, ich dachte, das schmeichert automatisch, wenn man so ein Ding fertig macht Ich weiß ja wies Ich weiß ja wies Egal Jetzt haut der mich ja schon eigentlich tot sein müsste, das gibt's doch gar nicht Junge, junge junge junge, die sind halt echt mies In solchen gruppen auftauchen, sind die echt mies Arschloch Puh Junge, junge junge Ja, aber man muss halt echt F5 spammen, du hast absolut recht Mach ich jetzt auch an dieser Stelle mal Geh mal schnell das Nest zu machen, bevor da gleich wieder was rausjumpt Da brühe ich ja keiner Okay, nochmal F5 Und vielleicht auch mal hier den hier machen Dass ich die Tränke wieder aufladen, verstehst du? Verstehst du, was ich meine? Einzelt ist mit Kontrolle einfacher, ich glaub nicht Oh, ich muss das Ding noch ausräumen, oder? Habe ich das ausgeräumt? Ich glaube, ich hab das nicht ausgeräumt Haha Das sollte man schon machen Ich fand's mit Kontrolle einfacher Ja, mal gucken, ich wollte... Einfach mal ausprobieren vielleicht Hey, du brennst Na, Freunde? Jetzt verbuddeln die sich wieder Kannst mir was dazu pinken? Nein 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 Da pisst er euch Guck dir doch mal den kleinen Pisser hier an, Alter Der geht mir aufs Ei Fuck you Denk halt auch, er wär cool, weißt du? Jetzt reicht's mir mit dir, Alter Der muss noch mal draufhauen, ne? Er muss noch mal draufhauen Alte Pisskuh Ne, als ob Hier Domsau So, ich weiß nicht, lässt die Stärke von unserem Schwert vielleicht doch nach, wenn wir... Wenn der kaputt geht Die Neckar tauchen hier auf Sie laden sich raus Jau, das Schutzschild müsste ich halt auch viel öfter mal benutzen Ich benutze immer dieses Feuer, ich weiß auch nicht warum Vielleicht, weil ich auch so feurig bin Ja, das kann natürlich sein Ach, ja Nein Und jetzt soll ich hier jetzt mal das Schutzschild probieren, warte mal Ja, genau Hä? Nein 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 Nein, 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 nein Ich ne doch nicht, weil das Feuer Jaaa Scheiße, wenn der Arschloch plötzlich brennt, ne? Ach, ey Nimm den! Nimm den! Als ob das den überhaupt nicht interessiert, wenn ich ihn anzünde Kannst du doch keinem erzählen Mistvieh Zentralrat der Empörten Vielen, vielen Dank Die mir geht raus an dich Und ich bin auch empört Ich bin empört Die Neckar tauchen hier auf Sie graben sich raus Ich weiß nicht, ob ich noch was zum Waffen... Waffen reparieren habe Ich glaube nicht Ne, wir haben nicht mehr so ein Reparaturset leider Das ist nicht mehr da Wie ist das eigentlich bei dem Spiel? Kriegt man hier auch pro Monster, was man tötet, Erfahrung? Oder ist das wie bei vielen anderen RPGs, dass du... Ähm... Dass du quasi... Äh... Was wollte ich jetzt sagen? Achso, dass du quasi nur für Quests und sowas Erfahrung kriegst Aber das Wetter gerade, ne? In der Regen nach, dass die Sonne wieder rauskommt, geil Pro Monster ein wenig, aber bei Quest mehr, ah ok Ach Digga, ernsthaft Toll, ob es auch... Das Fass geht nicht in die Luft, weißt du? Klasse Die Neckar tauchen hier auf Sie graben sich raus Toll! Ja, noch mehr Pech kann man noch nicht haben Nein Feuer! Au! Sama! Lass mich dir töten! So, wir machen das Nest mal schnell zu Ah, das ist schon zu Hä? War das so nicht gelootet oder was? Hä? Okay, mal kurz hier gucken Warte mal ganz kurz Oh, geh mal noch hier hin, würde ich sagen, ne? Ja, wir müssen auf jeden Fall gleich nochmal, wenn wir das Fragezeichen da noch haben, müssen wir die Skills mal machen Wir müssen nochmal in die Stadt zurück Achja, F5, dankeschön Vielen, vielen Dank Achja, und vielleicht Na, meditieren, wir fressen Hier, Wasserflasche Let's go Ja Haben die uns schon gesehen? Scheiße Klar, hier der Sniper wieder Ist klar Passt schon Ist schon klar, Digga Hä? Moin Wo ist hier noch einer mit Bogen? Hier Feuer! Alter Die mit den scheiß Bögen, ne? Ja, geh doch mal, geh doch Geralt Jetzt, mach nicht den, jetzt, komm Ah, alter Typ Oh, ich hab den Bogen, guck mal Feuer! Ja Boah, das tut weh Oh Was geht? Ach Sieh an Ich grüße euch Au Ne, 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 ne Lass nochmal ich den hier blatt So Nein Haha, tschüss Boah, hast du den Move gesehen, Digga? Hahaha, den hast du nicht drauf, ne? Jetzt ist er überfordert Da weiß er nämlich nicht, wo sie sind Aber er weiß, dass seine Freunde alle tot sind Ja Ah 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 Voller Nee Nimm ich nicht Nein Nein Jetzt bin ich nämlich weg Feuer Sah aus, als würde es wehtun Ich Don't care I Love it Ähm Speichern Sehr gut Und so eine Schwalbe würden wir uns mal, komm Okay, wir haben jede Menge Jede Menge zum Looten hier oben Zack, zack, zack Ich dachte immer alles mit Meisterschwert Die Hunde, die rauben wir aus Den ziehen wir die Haut ab Und dann ab auf den Grill Ähm Für die Leute, die keine ungeraden Zahlen sehen können Mela Sieg Mela Zeig Vielen, vielen Dank fürs Aufruhen Kassi Es gibt einen Skill, mit dem du dich mit jedem Essen 20 Minuten lang Was? Immer teilen kannst Dann brauchst du die Schwalbe nicht mehr und da hat man auch mehr davon Ich hoffe der Tipp ist okay Es gibt einen Skill Okay Ja, aber wir müssen eh gleich mal skillen, wir müssen eh gleich mal gucken Danke dir für deine Schwalbe Dankeschön Oh, ich äh Ich geh mal lieber Strubbelchen, Dankeschön Und Kiyoshi auch an dich an, Dankeschön Ich meditiere halt mal Meditieren ist für die Sinne Hoffen Die Frage ist jetzt, ach wir haben hier alles gesammelt jetzt, oder was? Okay Das war schon der ganze Grund hier, okay Gut Ja, wie geht's denn, ach da unten geht's auch noch weiter, ach du Scheiße, ey Ach du Scheiße Sergeant Hidden Auch an dich an, Dankeschön Ja, da unten geht's auch noch weiter, ne Wir müssten aber halt echt mal zurück in ne, an ne Stadt Also, in ne Stadt Weil Wir müssen unser Schwertchen reparieren, bisschen was verkaufen Und ich würde auch gerne noch ein bisschen, ja mit 12 Uhr ein bisschen ne Hauptquest machen So ein bisschen Bleconia, vielen, vielen Dank Ganz ehrlich Ganz ehrlich, ich find Quint irgendwie, ich mein das feiern viele Aber irgendwie find ich, äh Ich find Quint nicht so geil Woher sollte, warum sollte ich dir das erzählen, woher ich komme? Es geht dich nen feuchten Furz an, Digga Okay, pass auf Wo müssen wir denn laut Quest als nächstes hin? Äh, Hauptquest Die Ziris Fußstapfen Familienangelegenheiten Ja, Ochsenfurt Hier, guck mal Ochsenfurt Ochsenfurz Da können wir doch hier bestimmt hin switchen Da müssen wir nämlich eh in die Richtung Wir müssen eh in die Stadt und so Dann können wir das grad mal verbinden miteinander Hier, Ochsenfurz Wo sind wir denn? Da, guck mal Zack Ab zum Hafen von Ochsenfurz Ich weiß nicht, wen du suchst, aber hier findest du ihn nicht Was war das denn für ein Goldberg, Alter? Fühlt sich auch, Och, guck mal hier Och Digga Bestes Achso Was ist jetzt los? Moin Hallo noch einmal Hast du einen interessanten Auftrag für mich? Ja Ich hab da einen Wie wärs, wenn du von der Klippe springst? Lass mal sehen, was du anzubringst Voll der Asi einfach Okay, die Schuhe kommen weg Die Rüstung Äh, kommt weg Äh, die kommen auch weg Da kommen die auch weg Die ist Ein bisschen besser als unsere Deswegen ziehen wir die gleich an Weg Weg Was ist mit denen? Mhm Ja, komm, weg damit Oh, der Händler ist pleite Ist da Wasser von Raps? Jo Das ist es Pass mal auf, dann geh ich mal hier hin Und äh Reparier grad mal Da müsste der wieder ein bisschen Code haben, oder? Jo Sehr gut Pass auf, und dann weg damit Dankeschön Pass mal auf Schenke ich dir noch mal ein Schwert Und das hier und das hier Und den kannst du haben Das kannst du auch alles haben Hier will ich mal gucken Ist schlechter, okay, ciao Ach, der hat schon wieder keine Kohle, Alter Was ist denn mit ihm? Ach, Digga Mach's mich fertig Oh, wir haben ein Waffenreparatur-Set gefunden Hat der zufällig Waffenreparatur-Sets? Okay, Rüstung hat er sau viele Waffen hat er aber irgendwie nie so wirklich, ne? Warum hat der Dude kein Waffenreparatur-Set? Digga, du machst mich fertig Kann man Waffenreparatur-Sets selber machen? Also selber bauen? Also selber bauen? Kann man Okay, pass auf Aber ihr habt gerade eine absolut korrekte, äh, korrekten, äh, Dings gebracht Er ist kein Waffenschmied Das ist ein Rüstungsschmied Und der Waffenschmied, der war hier auch irgendwo, ne? Und zwar Hier Genau die andere Richtung Halt dein Maul Ehh, ehh, ehh Moin, moin, moin Wat geht dat hier? Hä? Jetzt bin ich wieder verwirrt Achso, warte, ich muss die Facecam wieder anmachen Hier Tag Und zwar